Es ist eine wunderbare Herbstabung in Zürich. Ich bin unterwegs in Seebad Engi. Entsprechend bin ich gut angezogen, denn es ist nicht warm. Was mich dort erwartet, sind Mulle, Efrit, Muscheln und Pommes. Jedes Jahr bietet Seebad Engi das Angebot an. Und jetzt gehen wir schauen. Knapper und später bin ich jetzt hier am See und habe eine wunderschöne Aussicht. Das ist eine wunderschöne Aussicht. Können Sie immer wiederholt? Ich bin unterwegs in der Mitte. Ich bin unterwegs in der Mitte. Kannst du es nach ein bisschen als Moment mord? Wunderschöne, Fischmaske? Seewa Dengue, das ist der letzte Abend der Saison. Die Maul waren hervorragend, die Fritte auch gut, das ganze Drumherum sehr, sehr schön. Die Aussicht vom Bad aus natürlich hervorragend, auf Zürich, auf den See, einfach nur wunderschön. Sehr, sehr empfehlenswert.